Geh weinen! Lolli, häng fest! Ah, jetzt komm ich! Hä, lass das übrig! Ich bin Detective! Alle ausziehen! Alle ausziehen! Anercent! Anercent! Push Spooky ausziehen! Deutscher Junge! Hose runter! Weiter, weiter machen! Scheiße! Oh mein Gott! Das wäre jetzt perfekt für die Schiatt! Ich feiere den Typen so! Kreisbewegungen, Kreisbewegungen! Ich sag's gar noch mal! Wäre perfekt für die Schiatt! Okay, jetzt nicht mehr! Kann man noch mal reden? Oh, nicht schon wieder! Wer nicht sicher? Boah, nein! Nein! Hier war wieder dieser, äh! Ja, das war Männerst anyone! stay�! Stimmt, er ist Männerf Wo ist er? Wo ist er? Wie kann man noch was sagen als ein Gamechat? Ja, bist du jetzt, Sater? Ich bin ein schwerer Gustavier und süß. Das muss man drücken. Das muss man drücken, Leute. Das muss man drücken, Leute. Sag mir doch, was man für ein Sprachchat drücken muss. Da vorne, da vorne, da vorne ist hier Knight X. Hey, ich hab die Traitorlöche. Sehr awesome, bumfix. Dexter ist Traitor. Nein, ey. Er hat gesagt, dass Dexter Traitor ist. Er hat auch nicht geschossen. Er hatte meine Richtung geschossen. Da habe ich Panik bekommen. Wir müssen rücken, wir müssen rücken. Wir müssen rücken, wir müssen rücken. Liebe, doch endlich Liebe. Liebe, Liebe, Liebe. Halt die Frisse. Halt dein Schnauzenhaut. Ihr ist sofort jetzt. Liebe. Liebe. Was machst du da für ein Scheiß? Ich versuch nie wieder zu überleben. Machst du ja fein. Ich weiß. Du kannst es nicht. Du kannst es nicht. Oh Mann. Was willst du? Zieh dich aus. Zieh dich aus. Hat jemand eine Ahnung? Hat jemand eine Ahnung, wie die US ist? Weil ich hab grad nichts Urwiges da. 22 oder 5. Fussi. 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 Du verwundet. Ja, gut. Ja, gut. Dann hat Dexter selbst schuld. Äh, äh, Alex? Ja? Ich fühl mir nachher nur LOL. Ja, kann man machen. Bautzi bis da dabei. Ja. Ja, das kann man dann halt gleich aufnehmen. Wieso wurscht? Was, wie kommen wir aus dem Wasser aus? Warum hat's die Nacken geschossen? Warum hat's die Nacken geschossen? Hose runter. Ich habe ihn nicht geschossen. Ich habe daneben geschossen. Lutschen. Ich darf nur schießen hier. Hose runter. Oh, ja. Das ist gut. Oh, da läuft ein Toter. Ich konnte euch jetzt sagen, wer Traitor ist, gell? War, war ganz lustig, gell? Du, Steve. Nein, Steve ist nicht. Steve ist nicht. Steve ist nicht. Steve ist nicht. Buschwut hat auch nicht geschossen, oder? Irgendwie so. Er wie die Hose runter. Er wie die Hose runter. Er wie die Hose nicht runter. Ich kann meinen Waffen wechseln. Ach so, ich habe Buschwut gelesen. Sorry. 1, 2, 3, 4. Ich bin runter gespielt. Wie man Waffen aufheben kann. Ja, 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 ja. Einfach hingehen. Und wenn es die Primärwaffe drückt. Mach den Weg nochmal. Wenn es das weg kann. Und sonst geht es automatisch hin. Ich bin da hochgesprungen. Schnauze. Was machst du hier? Ich mag einmal Detective sein. Das ist ja geil. 3. 3. Komm mal aus dem Wasser heraus. Springen. Ich glaube, ihr Pimmelbäckchen ist Traitor. Oder du musst Pimmelbäckchen Traitor. Genau. 3. Was ist los? Ich glaube es ist 3. Deniz ist Traitor. Lass du es sagen? Ich glaube Pimmelbäckchen Traitor. Ey, du hast ja den nicht? mann das kam von rückst du rüber als Abwehr? Ja. Bist du? Das würdest du dir nicht machen. Nein, soll ich rutschen gehen? Komm wir gehen rutschen. Ich hab lutschen verstanden. Ich hab lutschen verstanden. Da unten schießt doch mich. Du hast ja schon was in der Nase. Pass auf du. Das ist ja Trader. Ah, was machst du? Alter. Ja, du hast ihn erschossen, mein Freund. Ja, weil er da oben auf den Typen geschossen hat. Eugen. Auf wen hat er geschossen? Ich glaube, er ist die von Martin. Du hast auf den Typen da oben geschossen. Nein, nein, nein. In die Ecke. In die Ecke. Warte. Der da oben hat gewollert. Fuck. Der ist in der Rutsche. Aha. Der ist so geil. Der ist grad aus der Rutsche rausgekommen und hat so ein komisches Geräusch gemacht. Ja, das war ganz normal. Stifomatik Test. Ich geh als Rutschen mit Rutschen. Hä? Äh. Ich komm mit. Ich komm mit. Ich komm mit. Wir alle kommen. Juhu. Juhuuu. Ich rutschen. Ich habe ihr das einziger Rutschen, rutschen. Bac, hinter mir war einer. Warners pewnt! Peter Honk ist einer Steve? Peter Honk ist einer Ok Ich dachte du wärst straighter und maximiertest du Anna fehlt noch beim Test, oder? Hört ihr nicht? Anna fehlt noch, oder? Ok, ich glaub das ist der Ich bin gerutscht mal Wüsst was? Ich glaub Anna fehlt, oder? Bei dem Test Steve, komm jetzt schon mal Ok Ich meine immer noch zum Ziel bekämpft Steve, Rutsch, los Ja warte, der musste schon drauf greifen Ich bin schneller Wo ist Pimmelwecker hin? Steve, was ist? Nein, Rutsch mal Doch, ich weiß auch Na, weißt du schon nicht Oder? Rutsch mal Rutsch mal Rutsch mal Peter Rutsch mal Rutsch mal Der ist safe, der ist safe Ok Ja Rutsch mal Steve Er kann erst schon rutschen Er kann erst schon rutschen Ich glaub Ich glaub Die Formatik ist es Die Formatik ist es Ich bin schon Ja, Alter Oh Ok Die Formatik ist da Es war so klar Es war so klar Es war so klar Es war go Gost Es ist eingetragt worden Gar nicht. Ghosting ist nicht erlaubt, Steve. Das macht keiner. Du hast mich gekillt, Steve. Ich habe auf keinen Typen geschossen. Du hast mich gekillt, du hund. Ich mag Detective sein. Wie heb' mein Muni auf? Jetzt, alle mal die Seife aufheben und Böcken bitte. Gib' mein Muni auf. Himmelbäckchen, lutsch' mir ein. Du läufst einfach drüber, du jausten. Okay, der der Kliff ist Traitor. Himmelbäckchen. Alle zum Tester und Böcken bitte. Ich will nicht. Ich will nicht. Steve, testen. Steve, geh. Ich will mich nicht bücken, oder? Alle müssen sich bücken. Dann du auch. Ich auch. Komm, los. Schau den Rutsch jetzt. Ja, komm. Okay. Sag, dass ich meine Pony zähle. Komm. Hopp, 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 hopp. Oh, geil. Los, los, Pimmelbäckchen, rutschen. Ich rutsche mit, ja, mit. Lutschen. Lutschen. Oh, Mann. Oh, oh, Pimmelbäckchen. Pimmelbäckchen. Ich rutsche mit, ja, mit. Pimmelbäckchen. Alter. Wer war noch nicht Test? Schöne, Mann. Nein. 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 Testen. Testen. Nein, noch vor. Ja, gerne. Alles klar. Pimmelbäckchen. 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 Oh, ja. Pimmelbäckchen. Weiß schon. Oh, wer war der Traitor? Ja, lol. Oh, mich und nicht der andere. Oh, fuck. Pimmelbäckchen. Was ist mit Erna, Alter, die sind alle Traitor, gell? Es ist noch jemand in der Nähe. Oh, Entschuldigung, Leute. Alle kämpfen von der random Deathmatch da unten. Der Nomade ist Traitor. Der Texter ist manipuliert. Dexter Traitor. Ah, ich werde abgeknallt. Dexter ist Traitor, Dexter ist Traitor. Der ist schon tot. Nein, Dexter ist ein Traitor. Pimmelbäckchen war der Traitor. Es hat zweimal ein gemacht, es hat zweimal ein gemacht. Und das zweite war ein Deckerner. Oh, Stevo, Stevo. Ja, ja. Ich habe eine Salle von Stevo. Einer von denen. Ich tue überhaupt eine Karte. Ah, ich bin Schiss, ich bin Schiss, ich bin Schiss, ich bin Schiss. Kann man Detective und... Kann man seine Tauschen? Kommt der andere Detective bitte auch runter, so, dass wir... Das sagt sie ja mal, dass sie tot bin oder so. Wir können sie ja, dass wir sie dann abknallen können. Okay, die ersten beiden. Sagt sie ja mal, dass sie tot bin. Fuck, ich wollte... Fega Gustav rutschen. Bitte stehen bleiben. Okay, gut. Ich wäre auch kurz auf den Rutsch, ne? du kannst du es nicht oben bekannst du kannst du es nicht jetzt nicht wenn du jetzt jemand kommt dann gehen wir auch ein kleiner ok einer rutscht ich glaube darauf dass es jetzt ankommt der ist ich hab dich voll weg ist nein ich hab dich voll einfach reingesnied du hättest dich eigentlich nur bücken müssen aber na lol wie alle tot sind lol wer hat uns alle jetzt abkriegt ich bin so gut irgendwo ist das was sagt was sagt kann man immer innocent und ich bin kind worden es du kannst du nicht aber bitte n1 an und kicken wer hat gerade mindestens fünf leute alle alle sagen ich habe alle umgebracht Du weißt aber schon, ich hab auch ein paar umgebracht, als ich oben war. Ja, Schwer, ich hab mich auch umgebracht. Aha, du bist da? Die Session dauert, ich hab mich auch umgebracht. Ist ja wurscht. Ich hab nix, verdammt. Igel. Oh mein Gott, ich bin wieder Detektiv. Die Veneno-Sat. So, ab zurück, Chat. Wie viel Traitor gibt es eigentlich? Ab zurück, Chat. Ich mein, es gibt hier zwei. Okay. Dexter ist. Ich bin der Traitor. Du bist Traitor. Ach, alles, alles, alles. Ich muss bei einer Treppe stehen. Und bei einer Treppe stehen bleiben. Ich will nicht hier stehen bleiben, sonst zündet man noch nicht. Ja, also ich entferne mich ein bisschen. Zwei gehen vorher. So, ich guck wer, wenn ihr hier seid, dann kommt ihr unten, passt mit auf am Ende. Hier ist jemand gestorben am Ende der Rutsche, glaube ich. Jo. Gebeest überstehen gestorben. Ey, der eine ist aus der Rutsche rausgesprungen. Ich weiß, ich bin aus der Rutsche gesprungen. Ich weiß, ich bin aus der Rutsche gesprungen. Ich weiß, es ist aus der Rutsche gesprungen. Wieso bist du aus der Rutsche gesprungen. Wieso bist du rausgesprungen? Oder ein anderer. Aus Versehen, ich wuss nicht, dass die Rutsche rausgesprungen ist. Weil er Trader ist. Weil er Trader ist. Ja genau, ich kann auch gerne nochmal zurückbekommen. Kann ich ruhig sprechen. Ja, ich warte. jemand kommt gleich hinten von den kabinen der hat sich mit dem traiter dinge jetzt komme ich ich glaube es ist ich auch ja du darfst er kennt ihr jetzt Oh, der ist die rutscheste Traitor-Tester. Jawohl, Inno blinkt euch um. Ähm, was denn für ein Traitor-Tester? So, die rutscheste Traitor-Tester. Ja. Und als Traitor jetzt zum Beispiel, kann man von unten aus, wenn man zuschaut, oben ein Lämpchen aufblicken sehen. Je nachdem, in welcher Farbe das aufblinkt, zeigt das, ob du jetzt Inno, Traitor bist oder was auch immer. Und jetzt bestimmt rot aufgeblinkt, deswegen warst du Traitor bestimmt. Was warst du? Die sollen sie für die Bücken. Die sollen sie für die Bücken. Dennis, auf jeder Web gibt's so einen Traitor-Tester. Was soll ich das nur wissen? Ja, ja, ja. Es war bestimmt eine Explosionsgranate. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ich bin... Kostest du durchschießen? Hä, wo ist meine Granate? Traitor. Trimma C, weißt du was da kommt? Kannst du so durchschießen? Da kommt bei mir nichts. Ah, okay. Ey, na klar, du kannst so durchschießen. Du kannst so durchschießen, du kannst so durchschießen. Du kommst so ein komisches, so ein komisches Menü, weißt du? Ja, Buchstab jemand, äh, innocent rückwärts. Ah, innocent. T-N-E-C-O-N-N-I. Finde ich nicht gut? Hm. Oh, hier. Es wird gesnippt. Man snipet. Nein, nein. Oh, ja, ja. Oh, schläcker. Spielt ihr da mit DZ? Nee, ich spieg gleich mal. Nö, willst du nicht durch die Rutsche rutschen? Ja. Okay, klar. Wir können mit DZ sicher spielen, wer mit DZ. Alex. Nope. Doch. Heute ist es blöd. Da, 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 da oben. Tschüss, Dana. Hey! Nein! Nein! Was soll ich mal nennen? Minecraft City. Minecraft. A caramel life. Hermann! Hermann! You to my lunch. Ja, das war wieder eine schöne Aufnahme. Zum Nächsten. Auf rein.